Das GNTM-Finale ist vorbei und Vivian wurde zu Germany's Next Topmodel 2023 gekürt. Den Zuschauern war am Donnerstagabend einiges geboten, von Challenges bis zu Stargästen sollte es nicht langweilig werden. Sogar Jennifer Lawrence wurde im Vorfeld als Überraschungsgast angekündigt. Doch dann die Verwirrung, Jennifer erschien gar nicht im Finale. Stattdessen wurden kurze Clips eingespielt, in denen die Schauspielerin zu sehen war. Darin stellte sie den FinalistInnen eine Challenge, in der sie ihr Schauspieltalent unter Beweis stellen sollten. Dabei sollten sie eine Szene aus Jennifers neuestem Film No Hard Feelings nachstellen, ihr Szenenpartner dafür war Markus Schenkenberg. Beeindruckt waren die Zuschauer von der Challenge und Jay Laws Auftritt nicht. Crazy wie Heidi Jennifer Lawrence als Gast angepriesen hat, aber die Frau ist nicht mal im Finale da, heißt es auf Twitter. Mit Jennifer Lawrence als Gast werben, was sich dann als vorproduzierter Einspieler entpuppt. Genau mein Humor, lautet ein weiterer Tweet. Ich hab so gehofft, dass Jennifer Lawrence das alles retten könnte, aber auch sie sah so aus, als würde sie am liebsten wieder so schnell wie möglich aus dieser Hölle des deutschen Entertainments entkommen wollen, meint ein anderer User zu erkennen. Das war der Nach Temperature. Das war's. Ich werde das. Ich habe so gehofft, dass Jesus erinnert. Ich mag es bitte zu yani. Untertitelung des ZDF, 2020